Hallo Leute, ich bin's wieder, der Chris und Marius. Genau, und wir haben heute für euch natürlich eine neue Episode von Chris vs. Marius. Diesmal spielen wir Call of Duty Modern Warfare 3, und zwar eine Runde Gun Game. Ja. Und wir haben diesmal uns entschieden, beide Perspektiven aufzunehmen, da letztes Mal beim 1 gegen 1 von uns beiden in MV2 viele rumgeweint haben, dass wir denn nur die Kills gezeigt haben aus beiden Perspektiven. Deswegen haben wir uns entschieden, wir zeigen jetzt beide Perspektiven komplett. Und zwar seht ihr jetzt Chris seine Perspektive, wenn er an diesem Video bleibt, mit demselben Kommentar, als wenn ihr jetzt meine Perspektive seht. Und um meine Perspektive zu sehen, müsst ihr einfach nur den Link klicken, der schon die ganze Zeit vor euch steht, wunderbar geschrieben. Und ich denke, wir fangen jetzt auch gleich mal an, oder? Genau, also starten, bam. So, also ist alles live kommentiert, nicht, dass jetzt mal die wieder fragen. Ja, und wie gesagt, Gun Game ist ein privates Spiel. Kann man leider nicht online spielen. Da haben wir uns noch was. Nettes überlegt, für diese ganzen Spielmodi, aber dazu später mehr. Oder in einem anderen Video. Wir spielen jetzt erstmal hier ohne Ton gegen einander mit irgendwelchen komischen Waffen. Ja, genau. Darum sind wir 18 Waffen an der Zahl, müssen wir erreichen. Oh mein Gott. Ja, scheiße. Ich hab die ganzen Waffen eingestellt, also ihr Mannes hat... Mann, was, wieso stößt du nicht? Hey, wie sagt meine, ich geschossen? Oh nein. Oh nein. So, und da hab ich schon die nächste. Ah, Mann, Junge. Man kann mit dieser Waffe einfach nicht spielen. Oh nein, oh nein. Was hat sie bitte für den Rückschluss? Witz mich verabschieden. Haha, sie verzieht so krass, ey. Oh, wie Junge. Ich werde mit der einfach nicht ziehen, das hat einfach keinen Sinn. Man hat den Rückschluss nicht jeglich in der Kontrolle. Ah, er schießt so durch die Wand. Ich seh nichts. Das ist keine Wand, das ist ne... Keine Ahnung. Wie ist denn Stoff ist das? Oh mein Gott. Oh, ja, Mann. Das kannst du da, das hättest du zweiter. Jetzt hab ich die nächste, aber ich weiß noch nicht mehr, wie die heißt hier. Ah, die... Ah, ja, genau. Ah, was ist das, ey? Er hat so ne bessere Waffe als ich einfach. Oh mein Gott. Oh, das war knapp, sag ich dir. Wenn man nicht zwei davon hat, ist die Waffe in den Arsch, ey. Alter. Oh, fast ein Schuss. Ein Schuss, ey, komm schon. Ich war schon ein bisschen lang gefreckt, aber Junge. Was war das denn? Er no-scope mich mit einem Schuss mit einer G8, was? Was hast du jetzt für ein... Achso, ich erzähl's ja gleich. Oh mein... Wie? Das war richtig unrealistisch, Junge. Oh mein Gott. Ey, sag mal, wie tötest du mich hier? Was? Alter. Junge, das ergibt keinen Sinn. Es ist einfach dumm. Wow. Nein. Komm, wir haben wir weg, denn du feige Sau kommen wir zurück. Oh. Oh. Das war ein One-Shot, sag ich, Junge. Und das mit einer Spass zwölf, ja. Oh mein Gott, ja. Was? Get out, get out. Ey, sag mir... Ey, ich will jetzt sehen, wie krass du eingeschaut hast. Was? Ich hab... Ich hab bei mir dreimal geschossen. Drei, viermal und bei dir nur einmal. Nein, die A-Tip ist einfach nur schlecht. Ey, sag mal, willst du mich auf den Arm nehmen? Ey, Pistole, Pistole. Du brauchst nicht alle Kickcams angucken, Junge. Doch, doch. Mach ich, einfach weil ich das nicht glauben kann. Warte mal. Ne, ich brauch mir keine Kickcams angucken. Ich sterbe ja nicht. Okay, das war, glaube ich, der passende Augenblick, um zu sterben. So. Wo bist du? Ach, im Haus. Ne, du, Junge. Ich hab grad da eingestellt und du fragst, wo ich bin. Sag mal, schüttle ich dich nicht. Ich hab versucht zu headglitch, noch nicht funktioniert. Und boom, get out, get out. Get out. Get out. Ach ja, komm. Bam, 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 bam. Zerschötert. Alter, sag mal. Man, er pwnt mich. Ach so, ist mit Sniper mit Quickskopen, ne, wa? Weil, du, wir haben hier keinen Slider, äh, Katsch, wie heißt es Fingerfertigkeit? Deswegen, man scopt hier, äh, nee, was, wie heißt es schnell? Ach, lass dich, Quickies. Ich weiß, ich auch nicht. Ich hab's keinen Ahnen und die Engel schon mal gehört. Gequickscoped ohne schnelles Ziehen! Junge, ey, ich... Nein, es ist einfach nicht normal. Oh, verdammt. So. Meine Lieblingswaffe. Naja, eigentlich nicht, aber... Dein Ernst? Bei mir ist die L11 die bessere Sniper. So. Du hast bestimmt gehardscoped, du Penner. Nein, ich hab gequickscoped. Hm, das glaub ich nicht. Aber hättest du die Killcam angeguckt, dann... Oh, wo bin ich denn? Achso. Ja, du hast gehardscoped, du hast gehardscoped. Das würde ich jetzt nicht als Quickscoped bezeichnen, aber es war nicht gehardscoped. Na, 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 na. Ja, es ist nicht gehardscoped, du hast die Luft angehast. Hey, man hält doch einfach auf beim Quickscoped. Nein, das sag ich jetzt lieber nicht. Nein, nein, nein. Sonst wirst du nur die Diskussion, man schweig die Luft. Das darfst du doch nicht machen. Warte mal. Ich hab dich einfach nur blamiert, du brauchst jetzt keine Ausreden suchen. Doch. Was war jetzt, warte mal? Egal, weiter, oder? Pff, das war ein bisschen unüberlegend von mir. Ich hab vergessen, dass es ein Sniper ist. Aaaaaaah. Einfach irgendwie durch die Wände versuchen zu sprain. Boom, 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 boom. Du hast mich kein einziges Mal getroffen. Aber ich auch mal, ich hab ja keinen Hitmarker bekommen. Guck mal, ich bin irgendwie immer am Nachteil. Ich platziere mich irgendwie immer in die schlechtere Position von mir da liegt, ey. Für der EG gegangen. Ja, geleakt. Nee, geleakt. Was ist das denn für ein Deutsch? Katz am Mausspiel ist das hier. Achso, du bist ja, ich dachte, du bist ja irgendwie hinter dem Panzer oder so. Du schließt. Ach, nein. Ach, hab ich nicht mal die MP7? Ach, das ist die, die MP irgendwas. Was? Egal. Junge. Das ist doch scheiße. Meine Mann, Mann. Ja, nur weil du nichts kannst, ey. Ja, komm, was soll denn das, ey? MK14. Ja, MK14, ich hab doch keine Scheiße. Ja, MK14 vollkommen überfordert. Ja, ich schärfe einfach nur. Ey, ich faune dich. Mann, was? Was für Waffen, ey? Oh nein, oh nein, weg hier. Blamierung, ich will dich blamieren. Ja, nein. Scheiße. Get dropped, Charlotte. Mann, ich will dich blamieren. Komm schon. Traust du dich? Traust du dich? Mann, ich hab ne Pistole. Was soll ich denn da machen? Das wollte ich einfach nicht. Warum bist du tot? Ich fuhr dich gerade auf euren Herabgesatz, weil ich mich selber umgebracht hab aus Versehen. Ah, lass mich in Ruhe. Ah. Das ist ja das wäre. Jetzt kann ich ihn wieder... Mann. Ja, wir haben es so ein bisschen gemischt. Mal kommen schlechte Waffen, mal gute Waffen. Achso, da ist es. Alter, die Waffe ist so behindert. Ey, das ist gar nicht cool. Damit kann ich nichts machen. Ha, fuck. Mann, hey, ich krieg einfach keine Kills damit. Was soll das? Mann, ja, Junge. Du musst mal meine Waffe angucken. Junge, ich... Was? Ich krieg damit keine Kills. Das geht nicht. Was hast du für eine Waffe? Achso, ja, toll, ja. Ich glaub, du hast jetzt auch meine Waffe. Aber nein. Du hast eine coole M16. Die hattest du schon vorhin. Hey, Mann. Ich hab jetzt auch so aus wie eine Pistole. Bloß in groß. Nein. Oh. Hat schon Schild. Blamage, blamage, blamage. Was mach ich jetzt? Das ist ein Scheiß. Jetzt hab ich schon schuldig. Ich hab' gerade echt kaputt gemacht. Oh, komm. Komm, komm. Komm schon auf die Füße, auf die Füße. Weg hier. Ah, weg hier. Nein, nein, komm zurück. Nein. Nein, Scheiße. Mann, ich muss nach. Junge, ich seh' gar nichts mehr. Ich seh' einfach nichts mehr. Ja. Mach's, nein, Scheiße. Oh mein Gott, ich hab' nur noch drei Minuten, um die ganze Kacke aufzuhauen. Erstmal der Schild, zerschießen, dass du nicht so... Ah, ich krieg' dich. Nein, nein. Ja, I, ist wirklich sinnlos einfach, aber egal. Was hab' ich jetzt? Jetzt hab' ich die FAD oder wie die heißt. Junge, das Schild ist so schwach. Es ist einfach dumm, weil es einmal nicht realistisch ist. Es bietet einfach keinen Schutz. Es ist echt deine Füße nicht, wenn ich darauf schieße. Ja, gibt einfach keinen Sinn. Ja. Oh mein Gott, hilf mir. Ja. Oh mein Gott, hilf mir. Komm zurück, komm zurück, komm zurück. Weg. Mann, renn nicht weg. Oh mein Gott, eigentlich bin ich schneller als du mit dem Scheißschild. Junge, das ist einfach nur unfair. Nein, nein. Oh mein Gott, lauf. Komm zurück. Nein. Nein, lauf. Hilfe. Mann, scheiße. Junge. Ja, endlich, ey. Was? Das war ein Headshot? Komm, mach weiter, ich hab nur noch zwei Minuten Zeit. Ja, 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 bleib ruhig, bleib ruhig. Das ist ein bisschen einfach, wenn du auf Zeit spielst. Hahaha. Was? Wieso hat er nicht getroffen? Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Scheiße. Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war's für mich knapp, kann ich mal zugeben. Oberskill, Oberskill. Bam, einfach mal. Was? Was? Hilfe. Was? Was? Ich bin derzeit nicht drauf, was sei das. Junge. Es ist so unrealistisch. Guck dir das an. Alles? Kommando ist zurück. Alter. Alter. Ist das so unrealistisch. Ey, es ist so geil, aber egal. Oh, das hat wirklich Lust, ey. Oh. Oh mein Junge, ey. Oh, das ist so ein geiler Spielmodus. Oh man. Okay, Leute. Das war's. Ich hab gewonnen. Oh, ja. Und ich würde mal sagen. Ich verabschiede mich. Bis dann. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ähm, ja. Bis dann. Ciao.